Hallo und herzlich willkommen, es ist wieder Project Sibling, heute mit einem neuen Reaktionsvideo extra für euch und zwar reagieren wir auf Nemo, Feet, Hava, Kein, Schlau. Bevor ihr dieses Video anschaut, vergesst auf jeden Fall nicht ein Abo dazu, damit ihr kein weiteres Reaktion oder sonst irgendein Video von uns verpasst. Genau und damit würde ich sagen, wir fangen an. Wir fangen an. Also ich denke, es wird eher so, ich denke, es wird mehr so sogar, nicht wirklich, nicht ganz vielleicht feiern, aber doch mehr Party als so traurige Musik. Echt? Glaube ich, ja es wird schon so Bass haben. Es wird Bass haben, aber es wird kein Partylied sein, das denke ich jetzt. Geht, da bist du nicht immer aus dem Mund. Also du nimmst vielleicht doch ein bisschen zurück. Es könnte doch irgendwie, wenn jetzt noch was kommt, so, doch so Party-mäßig sein, vielleicht. Also Also ich würde es mir mal kurz weiter anhören. Oh, ich liebe dieses... Und dann noch dazu muss ich sagen, ich habe das gerade geliebt, wie er es gerade gemacht hat und zwar... Kommt zum Punkt. Und zwar, dass er immer wieder eine Pause eingelegt hat zwischen dem Rap. Hast du das mitgehört? Ja, ja, ja. Dass er gerappt hat, dann kam eine Pause. Und das fandest du gut. Und dann, ja, richtig. Talasso, Talasso, hier ist der Punkt. Kannst du gut aus? Oh mein Gott, oh mein Gott, tschau. Leute, ich habe gerade ganz kurz gedacht, hey, ist das Persisch, warum verstehe ich die Sätze? Ich habe gerade so gedacht, so, hä? Auf einmal, dann gucke ich es an und ich so, hey, was ist denn? Und dann höre ich so weiter, ich so, ah, ist eine andere Sprache, so, gell? Ja, also in dem Part singt der Grat, ich war an dich verliebt, aber bin es jetzt nicht mehr. Und geh, geh weg, hau einfach ab. Genau, das ist so der Part, den er gerade singt. Aber da du es gecheckt hast, ich gucke dich die ganze Zeit an, ich so, realisierst du es endlich? Ich habe es jetzt erst realisiert, halt. Also was man ganz kurz schon mal sagen muss. Erstens, die zwei Stimmen passen sehr gut zueinander. Ja. Und zweitens, Hava sieht auch echt gut aus. Ja. Ja, das wollte ich noch mal kurz einwerfen. Ich finde den Part super darin. Ja, das ist auch echt gut dran. Also, die beiden passen echt gut zueinander. Und gleich kommt wieder Nimo, man ja. Und ihre Stimme, das passt einfach. Ja, gleich kommt eben wieder Nimo. Ja. So kommt, glaube ich, der Bass, kommt so gleich wieder so kurz. Setzt wieder an, ja. Willst du eine Chance? Doch ich freut mich, weißt du dir erhofft. Bis das Go-Bond. Dann auch Tina Pauli. Ich habe nie bestellt. Das Name lieber Pauli. Ich finde es geil, dass beide ihre eigene Sprache mit reingebracht haben. Also, falls ihr auch wisst, was es für eine Sprache war von Hava, schreibt es in die Kommentare. Wir wissen es gerade nicht. Nee. Nur bei ihm wissen wir, dass es Persisches ist. Ich bin jetzt gespannt, ob er nochmal so einen persischen Part mit reinwirft oder ob es der einzige ist. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Aber dann werden wir euch ganz übersetzen hier, was er sagt. Dann werde ich auch drauf achten. Also Leute, mir hat es gefallen. Ich fand es geil. Ich fand Nimo und Hava haben perfekt zueinander gepasst. Die Stimmen haben wirklich sehr gut zusammengepasst. Und was ich an der Stelle nochmal sagen muss, ist, ich fand es geil, dass er einen persischen Part mit reingebracht hat. Das hat super zu diesem Track gepasst. Und dass Hava auch ihre Sprache mit reingebracht hat. Das finde ich so geil. Irgendjher habe ich es gefeiert, dass ich endlich mal so einen ausländischen Part verstanden habe. Das fand es irgendwie so nie. Beat war geil, muss ich sagen. Der Rap drauf war geil. Die Pausen waren geil dazwischen immer, zwischen deinem Rap, Nimo. Und am Ende auch, wie das so langsam wurde. Das fand ich auch geil. Havas Stimme hat perfekt und ihr Text hat auch irgendwie einfach gepasst. Ich weiß nicht. Ja, ich finde, das hat einfach alles gepasst, Leute. Aber wie findet ihr es? Wie findet ihr den Track? Wie findet ihr unsere Reaktion? Schreibt es in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Wir freuen uns wirklich über jeden Abonnenten. Liked das Video, teilt es. Folgt uns auf Instagram. Project.Zippling. Sonst? Project.Zippling. Genau. Wir sind auch auf Twitter vertreten. Und... Schaut euch jetzt gerade im Video an. Genau. Und damit würde ich uns schon verabschieden, oder? Genau. Ciao, Leute. I like that.